Okay. Hm. Das war interessant. Die Poyas kommen. Okay. Poya. Ja, ja, mach doch mal. Poya. 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 Wirklich. Wir wissen hier noch alles. So. Schön wie die alle hier runter fliegen. Das sieht schön aus. So. Okay. Was haben wir denn hier? So viele Wege. So viele Wege. Was haben wir hier? Okay. Hm. Was haben wir sonst noch hier? Hm. Hm. Na toll, die wurden gesettet. Ja, mach den mal. Was haben wir denn hier noch so? Irgendwas einzusammeln. Ah, was ist da? Was haben wir denn hier? Ja. Ah. Nummer zwei. Cool. Okay. Hm. So hat's doch was hier. Ja, ich bin hier wieder. Okay. Gut. Hier scheint nichts mehr zu sein. Dann. 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 So. Was habe ich aktiviert? Okay. Okay. Hm. Was kommt denn jetzt? Das Bissere. Was bist du denn? Explodieren. Okay. Ich muss ihn abschießen. Nicht. Hm. Nicht abschießen. Verstanden. Äh. Einfach fernbleiben? Okay. Na schön. Hm. Okay. Sollte ich nicht nach oben gehen? Ähm. Aha. Okay. Ich war mir jetzt geführt. Ähm. Moment. Witzere Sau gezeigt. Okay. So funktionieren gut. Nichts warten. Mach bumm. Mach nicht bumm. Muss ich dann schießen. So, ja. Okay. Darauf schießen. Warte. Geh mal weg. Geh mal weg. So funktionieren die. Na schön. Hat sie rausgefunden. Nur zu wissen. Tür. Okay. Was haben wir hier? Sollt ich nicht nach oben gehen? Äh. Sollte ich nicht nach oben gehen? Sollte ich hier fliegen, oder was weiß ich, wenn ich hier reingehe? Geht das zu? Geht nicht zu. Okay, ich muss hier fliegen. Na schön. Erstmal lesen, was haben wir denn hier Neues? Was ist denn hier da? Ist bisher explodiert bei Beschädigung oder Spannung? Okay. Hm. Äh, Equip, Amulett. Einmal fliegen bitte. Bam, 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 bam. Fliegen, fliegen. So. Gut. Hm. Was haben wir hier? Wir haben Flameherd. Ein Zauberstall mit einem wilden Flammendämon. Okay, was machst du? Wo ist denn das hier da? Ah. Wir gehen jetzt hier in Devil Trigange durch ein Flammenelement. Okay, Blitz oder Flamme? Blitz ist eigentlich cooler. Aber nehmen wir Flamme. Na schön. Dann nehme ich wieder das da. Da. Und das hier noch. Gut. So. Na schön. Das hätten wir. Cool. Da noch mehr rauf. Ist voll, okay. Na schön. Ui. Okay. Setten wir. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was höre ich denn hier? Was höre ich denn hier? So. Jetzt mal hier ein bisschen. Und da und so. Ja. Aha. Aha. Boah, 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 boah. Hm. Was soll? Geh mal weg hier, ob du störst. Tschüss. Geh mal weg. Das ist ein neuer. Warum nicht? so gut war ja klar ein feuer dämon schiebt nicht auf feuer jedenfalls so dahin dünn auch auch dacke leben dacke schön was haben wir hier wunderschwert wenn detta ein dekoratives schwert das sind die Todeserinnert. Okay, interessant. Hm. Equipswert. Okay. Was ist gesund für einer? Hm. Macht er mehr Schaden? Was haben wir denn hier? Okay. Hm. Okay. Einmal ausprobieren. Okay. Fest verschlossen. Warum das Netz? Okay. Hö. Brauche ich doch das hier. Okay. Was muss ich denn hier tun? Warum bist du verschlossen? Was soll ich denn jetzt tun hier? Achso. Das war eine andere Tür. Okay. Hm. Okay. Moment. Was haben wir denn hier? Nix. Okay. Hm. Ja, wir gehen nochmal zurück. Was haben wir denn hier? Da ist nix, okay. Na schön. Hm. Okay. Moment. Dann wieder wesseln. So. Okay. Ein Lift. Sonst ist ja nix. Aha. Ah. Nein, da muss er fliegen. Ah. Fliegen. 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 Okay. Moment. wieder wesseln und so und tschüss. Tschüss. Hm. Na schön. Ah, war ja klar, dass hier was kommt. Dant ist einfach unglaublich. Wie er das hier alles kaputthaut. Hm. Ja, Dant ist schon cool. Hm. Hm. Tja, ja. Ba, 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 ba. Blood Gold. Ist nicht so toll. Hm. So, mit Feuerschaden hier. Tschüss. Noch mehr. Warum nicht, hä? So, nimm das. Na, leidest du schön. Nimm das. So. Kurzer Prozess. Hier ist uns nix mehr. Na schön. Auf der Seite. Auch nix. Hier ist auch nix. Okay, gut. Was ist das denn? Ein Zug. Okay. Hm. Öl fällt. Okay. Warte, sieh. Terror. Terror. Wie ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Äh. Hm. Moment. Kurz lesen. Was seid ihr denn? Was seid ihr denn überhaupt? Bonto, gut, blablabla. Hier. Terror. Ja, ja, finis. Okay, dieses Monster wird von unbeschreiblichem Angst getrieben. Okay, und von lauter Angst greif ich das dann an. Warum nichts, hä? So. Hm. Ja, ja, mach mal. So, tschüss. Hm. Okay, das Piepsen ist nervig. Bitte Schnauze halten. War das stylisch. Ich fahre nicht öffnen, okay. Aber die zu früher lädt. Die Dubs. Müssen wir noch warten. Okay, bald sind wir da. Hm. Müssen wir noch warten. Oder ein bisschen warten. Okay. Hm. Zum Ölfeld, okay. Wir sind da. Hm. Okay. Interessant. Hm. 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 Ist hier oben noch was? Nee, okay. Gut. Gut. Mal hier und da mal hier und da ein bisschen anschauen an der Decke. Scheint auch nichts zu sein. Okay, gut. Wo ist denn hier? Gehen wir. Ab nach oben. Hm. Die Schweppel kommt mir bekannt vor. Das Design oder sowas ähnliches habe ich schon mal gesehen. Ich weiss aber nicht mehr wo. So. Stand geklärt. Ach ja, danke. Wie der hier aufräumt. Secret Raum. Level 6. Schön. Gut. Hm. Nach dir. So. Und da. Und du kannst das hier abbekommen. Warum nicht? Hm. So. Gut. Setten wir. Und dann kommen hier noch mehr. Ein Mixer. Warum nicht? Interessant. Ja. So. Und dann geht's. Ui. Was gar nicht mehr erwartet. Hm. Nein, 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 nein. Schön, die Füsse still halten jetzt. So. Prr, prr, prr. Und geschafft. Gut. Das ist ein Secret Raum Nummer 6. Schön, schön. Hm. Gut. So. Ja gut. Was hätten wir? Hm. Ah, bist du Arroios, oder wie du heisst? Arroios, glaube ich, heisst der... Okay, interessant. Hm. Okay, ich mache jetzt hier mal eine Aufnahmepause. Das war spannend bis jetzt. So. Eine Stunde. Fast drei Stunden, okay. Da ist ein bisschen mehr, egal. Das steht dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wow. So. Willkommen zurück zu Devil May Cry 2. Tja, ähnlich geht's weiter. Tja, ich kann momentan leider nicht... ...dazu aufzunehmen. Naja. Jetzt geht's aber weiter hier. Wo wir stehen geblieben sind. Well, well. What have we here? Do you have to ask? Hm. Maybe another time. Oh, ha. Direkt am Bosskampf, na toll Furia Taurus Na danke Vergangenheitsworn Vielen Dank Okay, interessant Aber die Pistole regelt wieder Ich liebe die Pistole so sehr Okay, was macht er jetzt? Muss dagegen wirken Interessant Schau, ich bin weit weg Ist aber eindrückend Toll Schön machst du das Ist aber eindrückend Oh, du kommst mal her Holy shit Boah Dann bist du das wieder los Biddy biddy Da 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 Boah So Er ist ein toller Bosskampf, sehr spannend Aber auch nur weil er nichts kann Ich glaube er ist blind Vor Feuer Denkt immer für in seiner Nähe Aber ich bin weit weg Oder die ganze Ballerei macht den Taub Ich kann nicht verstehen, das ist verdammt laut Holy shit ist es laut Moment So den Kopfhörer ein bisschen leiser machen Stimmt Ich habe vergessen, dass das Spiel so laut ist Schon über drei Wochen nicht mehr gespielt So noch einmal War schon viel besser Schon viel besser Okay, er kann immer nur das Gleiche Toll So Okay, ich glaube ich rüsste Die zwei Waffen zuerst aus Die sind einfach super Das ist doch toll Ach, wenn man das sieht Dann geht es schneller So Nice Na, du warst ja ganz toll Beeindruckend Und jetzt verzieh dich Du hattest deine Show Auch wenn es so nötig war Hm Okay Das war die Mission Nice 11.000 Okay Ziftata Mache direkt hier So Der bekommt keinen eigenen Spielstand Dafür war er viel zu schwach So Dort Next Mission